Wie zu Lucid Dream Traumluzidität ist das Bewusstsein, dass sie träumen. Dieses Bewusstsein kann von einem schwachen Anerkennung der Tatsache zu einer bedeutsamen Erweiterung der Perspektive reichen. Lucid Träume in der Regel auftreten, während eine Person in der Mitte eines normalen Traumes ist und erkennt plötzlich, dass sie träumen. Das ist ein trauminitiierter lucidentraum genannt. Ein weginitierter lucidentraum tritt auf, wenn man von einem normalen Wachzustand direkt in einen Traumzustand gehen, ohne erkennbarer Ablauf im Bewusstsein. In beiden Fällen neigen die Träume mehr bizarre und emotionale als normale Träume zu sein. Am wichtigsten ist, werden sie zumindest eine gewisse Fähigkeit haben, ihr Traum der sich selbst zu kontrollieren und der umliegenden Traum. Verwendung von Dream Awareness Techniques Halten sie ein Traumtagebuch. Halten sie es in der Nähe von ihrem Bett in der Nacht, und schreiben sie ihre Traum unmittelbar nach dem Aufwachen, oder die Gefühle und Empfindungen, die sie erleben recht, wenn sie aufwachen. Dies trainieren sie mehr aus ihre Träume zu erinnern, die für luciden Träumen wichtig ist. Dazu gibt es noch nicht viel Sinn, ihre Träume bei der Kontrolle, wenn sie die Erfahrung vor dem Morgen vergessen. Alternativ halten ein Aufnahmegerät von ihrem Bett. Sie werden vielleicht mehr von ihrem Traum erinnern, wenn sie noch für ein paar Minuten bleiben auf dem Speicher zu konzentrieren, bevor sie mit dem Schreiben beginnen. Verwenden Realität Kontrollen häufig. Alle paar Stunden während des Tages, fragen sie sich, träume ich? Und führen sie eine der folgenden Realität überprüft. Mit genügend Übung, beginnen sie die Gewohnheit in ihren Träumen folgt auch, cluing sie in der Tatsache, dass sie träumen. Lesen sie eine Textseite oder die Zeit auf einer Uhr, schauen Weg, dann wieder zurück. In Träumen, wird's der Text oder die Zeit verschwommen oder unsinnig sein, oder wird jedes Mal, wenn sie sehen, anders sein. Klemmen sie die Nase, den Mund schließen, und testen sie, ob sie noch atmen kann. Einfach Blick auf ihre Hände und Füße. Diese werden oft in Träumen verzerrt, wenn man sie genau untersuchen. Rapid werde ich bewusst sein, dass ich träume jedes Mal, wenn sie einschlafen. Jede Nacht, wie sie einschlafen, wiederholen, um für sich selbst, ich weiß, ich träume oder eine ähnliche Formulierung, bis sie aus dem Bewusstsein treiben. Diese Technik wird als Mnemonic-Induktion zu luziden Träumen oder mild bekannt. Mnemonic-Induktion bedeutet nur, Gedächtnishilfen nutzen, oder in diesem Fall eine rote Phase mit der Wahrnehmung des eigenen Träumen in eine automatische Gewohnheit zu machen. Einige Leute mögen diesen Schritt mit einem Reality-Check zu kombinieren, indem du ihre Hände für ein paar Minuten starrt, bevor sie schlafen gehen. Lernen sie ihren persönlichen Traumzeichen zu erkennen. Lesen sie durch ihre Zeitschrift regelmäßig und suchen sie nach wiederkehrenden Traumzeichen. Diese sind wiederkehrende Situationen oder Ereignisse, die sie in ihren Träumen feststellen. Machen sie sich mit diesen, und sie können sie erkennen, während sie träumen, und daher feststellen, dass sie träumen. Wahrscheinlich wissen sie bereits davon einige. Gemeinsame Traumveranstaltungen sind ihre Zähne zu verlieren, groß, um von etwas gejagt wird, oder ohne Kleidung in der Öffentlichkeit geht. Trifft zurück in den Schlaf, wenn sie aus einem Traum erwacht. Wenn sie aufwachen und ihr Traum erinnern, schreiben sie es in ihrem Traumzeitschrift nach unten, dann schließen sie die Augen und auf den Traum konzentrieren. Stellen sie sich vor, dass sie im Traum waren, bemerkte ein Traumzeichen oder Reality-Check, und erkannte, dass es war ein Traum. Halten sie diesen Gedanken auf, wie sie zurück in den Schlaf driften, und sie können einen luziden Traum ein. Beachten sie, dass die meisten luzide Träume auftreten, während die Person voll schläft, in der Regel, weil er eine bizarre Ereignis bemerkt und erkennt, dass er in einem Traum ist. Dies ist nur eine alternative Trigger, der etwa 25% der luziden Träume beginnt. Betrachten wir ein Lichtalarm zu kaufen. Gehen sie online und kaufen ein lichtbasierter, anstelle eines klangbasierter Alarma oder sogar eine spezielle Dreamlight entworfen luziden Träumens zu induzieren. Stellen sie es für 4,5, 6 oder 7 Stunden nach dem Einschlafen, oder stellen sie es jede Stunde, wenn möglich, zu gehen. Während Klang, Berührung oder andere Stimuli während des Rehm, Rapid Eye Movement, Schlaf auch ein Träumer sich der Tatsache bewusst machen kann erträumt, zeigt eine Studie, dass Lichtkühs am wirksamsten sind. Sie wollen nicht wirklich selbst aufwachen, es sei denn, sie die Wegversuchen unten zur Bettmethode Back. Halten sie das Lichtalarm mehr als der Reichweite des Armes weg von deinem Bett und oder decken sie es mit einem Blatt, das Licht zu dimmen. Mit der Weg-Zurück-Zurück-Zur-Bet-Methode Wissen, wann luzide Träume am häufigsten auftreten Luzid-Träume und lebhafte Träume in der Regel fast immer im Rehm-Schlaf auftreten, die Tiefschlafphase gekennzeichnet durch Rapid Eye Movement. Die erste Rehm-Phase tritt in der Regel 90 Minuten nach dem ersten Einschlafen, mit zusätzlichen Phasen etwa alle 90 Minuten danach. Das Ziel dieser Methode ist, während einer Rehm-Phase aufwachen, dann einschlafen zurück und weiter den Traum bewusst, dass sie träumen. Sie werden ihre Phasen nicht genau Zeit der Lage, wenn sie einen Schlaflabor zu besuchen oder haben eine sehr engagierte Nachteule ihrer Augenlider die ganze Nacht zu beobachten. Realistische ist, halten sie einfach die Methode unten zu wiederholen, bis sie sich in Rehm-Phase fangen. Ermutigen sie ihren Körper mehr Rehm-Schlaf zu bekommen. Es gibt viele Möglichkeiten, um die Menge an Rehm-Schlaf zu erhöhen sie erhalten, wie in dem verlinkten Artikel beschrieben. Eine der effektivsten und derjenige, der Rehm-Schlaf führt zu regelmäßigen Zeiten zu erscheinen, ist zu einem täglichen Schlafzeitplan zu halten, und lange genug, um zu schlafen, dass sie gut erholt aufwachen. Dies kann schwierig sein, unten mit dem Schritt zum Ausgleich, der in der Mitte der Nacht den Rehm-Schlaf unterbricht. Wenn sie Schwierigkeiten haben, wieder einzuschlafen, versuchen sie eine andere Methode statt, oder beschränken sie ihre Versuche, einmal oder zweimal pro Woche. Weg in der Mitte der Nacht Stellen sie einen Alarm zu gehen entweder 4,5, 6 oder 7 Stunden nach der Zeit sie einschlafen. Du bist eher während dieser Zeit im Rehm-Schlaf zu sein, obwohl es schwierig ist, im Voraus zu prognostizieren. Die 6 oder 7 Verkehrszeiten sind am ehesten zu arbeiten, weil spätere Rehmphasen länger dauern, und sind eher lebendig oder luzide Träume zu enthalten. Bleiben sie für eine Weile wach. Notieren sie sich ihren Traum, wenn sie wurden mit ein, machen sie sich einen Snack oder einfach aufstehen und gehen um für eine Weile. Ihr Ziel ist es ihr Bewusstsein aktiv und wach zu bekommen, während ihr Körper immer noch voller Schlafhormone ist. Eine Studie zeigt, dass für irgendwo zwischen 30 und 60 Minuten wach zu bleiben die höchste Chance auf einen luziden Traum gibt. Konzentrieren sie sich auf den Traum und wieder einschlafen. Schließen sie die Augen und schlief wieder fallen. Wenn sie den Traum, den sie hatten erinnern, erinnern sie und wieder einschlafen, sich vorzustellen, sich den Traum weiter. Selbst wenn dies geschehen kann eine Weile dauern kann, haben sie eine gute Chance, in einem luziden Traum bekam. Versuchen sie, andere Konzentrationstechniken. Wenn dein Geist wandert der Traum zu fangen beim Versuch, oder wenn sie den Traum überhaupt nicht mehr erinnern, stattdessen versuchen, auf die Bewegung der Finger zu konzentrieren. Verwenden sie ein Muster aus kleinen Bewegungen, wie Zeigefinger, Mittelfinger nach unten, Mittelfinger, Zeigefinger nach unten. Wiederholen sie diese rhythmische Bewegung, bis sie einschlafen. Mit die zusätzlichen Techniken. Meditieren Vor dem Schlafengehen, meditieren in einem ruhigen, dunklen Raum. Kann bessere Ergebnisse liefern eine Meditation Training machen, aber zu beginnen, nur die Aufmerksamkeit auf ihre Atmung zu zahlen, oder sich vorstellen, auf oder absteigen der Treppe. Das Ziel ist, aufhören zu denken und einen ruhigen und komfortablen Zustand gelangen und von dort rutschen in einen luziden Traum. Beachten Sie, dass wirkinduzierte luzide Träume sind seltener und schwieriger als Träume, die klar geworden, nachdem sie bereits schlafen. Es gibt viele Meditationführer-Videos online speziell sie luziden Traum entwickelt, um zu helfen. Verlängert einen luziden Traum, wie es beginnt zu verblassen. Drehen Sie sich Ihren Traumkörper herum oder nach hinten fallen. Manche Leute berichten, dass dies hilft, obwohl der Grund nicht bekannt ist. Im Traum, reiben Sie Ihre Hände zusammen. Diese können Sie von den Empfindungen des tatsächlichen Körper abzulenken. Weiter zu tun, was Sie taten, bevor der Traum instabil geworden ist, zu behaupten, dass Sie immer noch im Traum sind. Dies ist viel weniger effektiv als die oben beschriebenen Techniken. Hören Sie auf binaurale Beats. Wenn Sie eine andere Schallfrequenz an jedem Ohr zu senden, wird das Gehirn die beiden Schallwellen überlappende Muster als Audio-Beat interpretieren, obwohl kein Beat im Ton enthalten ist. Dies ändert sich auf jeden Fall die elektrische Aktivität des Gehirns, aber bisher Wissenschaftler sind sich nicht sicher, ob diese luziden Träumens tatsächlich stimulieren können. Es gibt viele Websites gibt, mit Sammlungen von binaurale Beats, so ist es einfach, es zu versuchen, wenn Sie mit Ohrstöpseln entschlafen können. Die meisten Möchtegern luziden Träumer Beats verwenden, die Täter Gehirnwellen zu imitieren, die im Rehmschlaf auftreten, aber einige schwören auf Gamma oder Alpha schlägt stattdessen oder ein Fortschreiten durch verschiedene Arten. Binaural Beats mit beruhigender Hintergrundmusik kommen, oder einfach nur den Takt selbst. Videospiele spielen. Gimmers berichten über eine viel höhere Rate von luziden Träumens als die allgemeine Bevölkerung. Während weitere Studien durchgeführt werden müssen, ist es möglich, sogar ein paar Stunden pro Woche könnten Sie Ihre Chancen auf einen luziden Träum zu erhöhen. Die Art des Spiels gespült wird nicht angezeigt, einen Unterschied zu machen. Betrachten Sie Galantamin nehmen. Galantamin, einem Wirkstoff aus der Schneeglöckchenpflanze synthetisiert, kann das wirksamste Medikament zur Induktion von luziden Träumen sein. Nehmen 4 bis 8 Mg in der Mitte der Nacht, für die besten Ergebnisse, es vor dem Schlafen gehen kann die Schlafqualität und verursachen unangenehme Träume verschlechtern. Durch diese Möglichkeit und die unangenehmen unten aufgeführten Nebenwirkungen ist Galantamin nur als gelegentliche Ergänzung empfohlen. Sprechen Sie mit einem Arzt zuerst, wenn Sie irgendwelche medizinischen Probleme haben. Galantamin können bestehende Bedingungen verschlechtern, wie Asthma oder Herzprobleme. Dieses Medikament erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit von Schlaflähmung, eine harmlose, aber oft erschreckende Erfahrung wach für einige Minuten zu sein, ohne die Muskeln in der Lage, sich zu bewegen. Betrachten wir die gelegentliche Vitamin-B-Ergänzung. Vitamin B5 oder Vitamin B6 Ergänzungen können Traumlebhaftigkeitness erhöhen und emotionale Intensität, die zu luziden Träumen führen kann. Allerdings müssen Sie eine Dosis von 100 Mg für diesen Effekt zu nehmen spürbar zu sein. Diese Dosis ist viel höher als für die tägliche Einnahme empfohlenen, und wenn man es regelmäßig über einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen, kann es zu unerwünschten Nebenwirkungen führen. Verwenden Sie diese Option nur für einen besonderen Anlass luziden Träumen und auf eigene Gefahr. Prüfen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie Medikamente annehmen, oder wenn Sie eine Störung beteiligt Blutungen, den Magen, den Darm oder das Herz. Dieses Medikament verursacht manchmal Menschen in der Nacht aufwachen, so kann es kontraproduktiv sein, wenn Sie einen leichten Schlaf haben.